letzter spieltag der segel bundesliga 2015 das finale live ab donnerstag auf der außenalster in hamburg wer wird deutscher meister der segelvereine 2015 die live übertragung mit sap sailing analytics 4g lte vodafone vom wasser aus der luft on board kameras und sideline segeln zum anfassen so geht segeln heute